Yo Leute, willkommen zurück zu Thorax Seeds of Evil und Ich werde direkt abgeknallt! Ist doch nicht wahr! So, ähm, okay, das war ein scheiß Raum. Wo haben wir denn den Plasmagewehr? Kaputt, kaputt. Oh shit! Kaputt. Er dürfte noch leben. Forgot it. Forgot it. Danke. Erledigt. So. Das war kein guter erster Raum für die Folge. Stirb. So, zack. Zack. Voll auf den Arsch gekriegt, ey. Da unten ist irgendwas. Das habe ich gesehen. Stirb! Stirb! Stirb doch bitte! Du auch! Hört auf mir nachzulaufen bitte! Voller Gesundheit! Und... Ich freue mich noch. Ja! Freu mich! Aha! Stirb! Stirb! Äh... Ja, gut. Logisch nehmen wir volle Gesundheit dann mit. Okay. Die haben doch eigentlich safe getroffen, oder? du nicht sicher. Alsoiysen, okay! Soooow! Erledigt? Kaputtmekut... great! Das ist ein .30er . soooow! auf welcher taste ist das plasma-gewehr eigentlich? auf 6 so, mit plasma, mit plasma, jawoll, guter junge oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, na, ups, was ist das? nein! auf was bin ich denn jetzt gekommen? früher war der flammenwerfer auf air! fickt euch! so ein scheiß ich habe jetzt aus paar, also ich wollte einen flammenwerfer benutzen eigentlich und es kam nix es kam irgendwie chat aha, ttt ttt ahhh so suck suck up und nein ok das war mega asozial so einfach hier oben drauf stehen bleiben ok, müsste frei sein Weg müsste frei sein eins, zwei, drei vier entsteht das Christkind vor der Tür so ne, falsche Seite ffff ok so so gut 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 hop komm, komm zu mir danke ja und eins, drei, drei drei ich bin zu blöd zum springen ich bin gerade echt so, so so brained, dass ich nicht da drüber übersprungen gekomme und nicht richtig reden kann bäh so komm her okay und noch einmal eins zwei 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 und vier nein 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 ok stirb heeheh Zwei Gesundheit Oh mein Gott, jawoll Jawoll Eine der coolsten Waffen überhaupt Hier bin ich noch nicht lang So, zack, zack Jawoll Wir benutzen im Übrigen auch Plasma Falls es jemand jetzt noch nicht mitbekommen hat Aber die Waffe ist mega Sterbt Sterbt Verreckt einfach Jawoll Hier, direkt dran 30 Plasma erschossen Zack Oh mein Gott, wir kommen vielleicht sogar wieder auf unsere 250 Ja genau, wie fair war das denn jetzt bitte? Stimmt, gar nicht Nee, geht nicht Wobei, ich mag das Plasma-Gewehr einfach Muss ich ganz einfach sagen Ich hab's gesehen Okay Okay, der ist aff Affig schnell, ey Hallo Du musst schon irgendwo stehen bleiben Du musst schon irgendwo stehen bleiben Am besten so, dass ich dich treffen kann Aber du mich nicht Stirb Okay Dummes Mistviech Dumme Mistviech Ja Nein Stirb 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 Ja Jawoll Erledigt Okay, den hab ich jetzt aus Versehen schon gedrückt Ja Ja Mach mal das Da sind sie Gestirbt So Oh, wir sind wieder auf 250 Jawoll Jawoll Crepiert dran Und ein letztes Mal Sehr geil Ah, da vorne Hopp Warte hoch hier Okay, keiner, keiner Hier, da Na ja, voll Du Rechts jetzt Und du erst Okay Die verrecken nicht so einfach Scheinbar Dann Benutzen wir doch einfach den hier So Was? Verarsch mich doch nicht Wo kommt der jetzt her? Kontrollpump Aha Machen wir es drauf Erledigt Ja Hicke Das ist Ja Der 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 Das Ding ist schon weg. Hat es nur noch nicht gemerkt, dass es weg ist. Ich glaube, den Sprung würde ich sogar schaffen. Die Frage ist... Komme ich hier wieder hoch? Äh, klar komme ich hier wieder hoch, aber... Ay caramba! Schade. Die wollte ich nicht einsammeln. Die wollte ich dann einsammeln, wenn ich sie brauche. Shit. 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 Die Dinger sind super stark. Die Dinger sind super stark. Stirb. Ach komm schon. Geh kaputt! Jawoll. Kraftfeld deaktiviert. Sollen. Munition. Tankbogen. Schrotze. Schrotze brauche ich sogar. So, einmal kurz rumgucken. Irgendwo hier in der Nähe, muss demnach auch... das Ding zum Öffnen sein. Erwischt. 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 Okay. Erstmal hier lang. Würde ich sagen. Da ist nichts. Halt! Ich weiß doch nicht, warum dein Jackpack jetzt die ganze Zeit an war, aber... Und... Shit. Jawoll! An den Raum erinnere ich mich sogar. Zack. 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 Ja. An den Raum erinnere ich mich sogar. Da. Er will 6 Schlüssel erhalten. Hier ist das Ding zum Aufmachen. Und... Ich habe es gesehen. Einmal kurz... Gucken... Wo es hier längs geht. Ah, hier komme ich wieder hoch. Ja, 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 ja. Schon verstanden. Ich vermute aber eigentlich ganz stark, dass das sogar der... Äh... Ding sein. Zum... Zum... Ach, sag mal schnell. Ähm... Zum Partikelbeschleuniger wird das der Weg sein. Zum Partikelbeschleuniger wird das der Weg sein. Und ich glaube die UFMs, die gab es nur in Einzelvariante. Okay. Der ist mit Plasmaberfer. Ach ja, klar. Ich weiß, womit... Ähm... Womit die im Wechsel stehen werden. Die werden mit dem Scorpion im Wechsel stehen, oder? Ja. Die werden mit dem Scorpion auf jeden Fall im Wechsel stehen. So. Ich glaube 10 UFMs kann man mitnehmen. Würde Sinn machen. Ich hatte... Oh, ich habe 3 geschossen. Einer hat die schon aufgesammelt. Und dementsprechend müssten es eigentlich 10 sein. Die Dinger sind geil. Also die Dinger sind vor allem dann geil, wenn man weiß, es kommt jetzt gleich ein Gegner um die Ecke und kann die dann da schön hinschießen. Ist das Ding super. Aber, ähm... Ich werde es wahrscheinlich trotzdem relativ wenig benutzen. Weil ich dann doch lieber auf mein Plasmabo... Ach, äh... Plasmabo... Hm. Mein Plasmagewehr oder mein, äh... Tagbogen vertrauen werde. So. Hier links. Die Info nehmen wir mit. Und gehen runter. Richtung... Ich nehme an Partikelbeschleuniger. Ich nehme es an. Ich weiß es wie gesagt nicht. Das sind die Kraftfelder gewesen. Dementsprechend das hier müsste... Ja. Partikelbeschleuniger sein. Hallöchen mein Freund. Okay. Ich höre schon mal spawnen. Da. Ja, ich habe es gesehen, dass rechts auch... Ne. Ist gar nicht. Das ist nur Blut. Die halten... Zwei Plasmashüsse aus. Zwei direkte Plasmatreffer. Okay. Ah. Hier ist er weg. Ups. Jawoll. Und... Erledigt. Okay. Punkt eins. Ich traue dem Boden nicht. Punkt zwei. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay. So. Zack. Da war Blut auf meinem Plasma. Dreck. So. Zack. Da ist der Partikelbeschleuniger. Aber ich traue dem Raten hier noch nicht. Erst mal das auffüllen. Und dann... Warum sage ich eigentlich immer Plasmabeschleuniger? Partikelbeschleuniger meine ich natürlich. So. Und... Dann... Hier hoch. So. Also hier wieder... Um hochzukommen. Haben wir ja gesehen gehabt. Und hab... Bestimmt, da oben waren wir noch nicht. Warum sind die denn jetzt eigentlich Freespawned? Ups. Ich wollte jetzt eigentlich nur runter gucken, ob ich da eine Möglichkeit habe, wieder hochzukommen. So. Erledigt. Schirrwippische Sniper Schuss. Ah. Jetzt können wir uns das Plasma hier holen. Und dann weiter gehen. Ich hätte auch Granate... Ich hätte auch noch eine Granate schießen können. Fällt mir gerade so auf. Ah egal. So. So. Okay. Hier war ich noch. Komisch. Ich dachte, ich könnte irgendwo mal hier so ein Ding in der Mitte zerstören. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Kann auch sein, dass ich mich vertan habe. Und... Stirb einfach. Diese... dummen... Fiskviecher. Jedes Mal verbrauche ich da ewig viel Plasma. Okay. Okay. Ab. Ah. Ich weiß noch, wo die Feder ist. Also ich weiß zumindest, wie ich es ausgewählt habe. So. Hi. Oh. Wo? Wo? Woher denn? Da hinten. Stirb. Stirb. Stirb einfach, ey. Ich drücke immer noch ständig R. Und ich weiß nicht, wie lange ich Turok immer aufgenommen habe. Habe ich denn halbständig aufgenommen? Den Part von Turok? Ich bin mir gerade unsicher. Ich nehme noch... Ich nehme eine halbe Stunde auf. Wenn es 20 Minuten normalerweise waren, dann tut es mir leid. Okay, da hinten ist eine Nachfüllstation. So. Erledigt. Und... Hä? Gott im Himmel, ey. Warum kann ich hier nicht weiter? Hallo? Hallo? Hallo, unsichtbare Wand. Wow. Ich bin jetzt auch nur aus zwei Gründen drauf gekommen. Erstens, hier waren so Dinge dran. Und zweitens, hier ist so ein Riss. Okay. Wir stehen hier wohl offensichtlich noch ein bisschen länger. Ja. Hi. Wie geht's so? Alles frisch? Sehr schön. Das Schutzschild von dem hier oder was? Nee. Offensichtlich nicht. Welches Schutzschild denn? Hallo? Hier auch nicht. Kann man das aufmachen? Nee, kann man nicht. Gott im Himmel. Wo muss ich denn jetzt hin? Und ab. Und ab. So eine Vermutung. Da hinten. Hier hinten längs. Und hier ist auch... Für die Feder. Okay. Das heißt, hier in der Nähe muss irgendwo das Ding sein zum Öffnen von dem Portal. Und ab. Da kann ich runter. Wenn das Ding kommt, kann ich rüber. Geht nicht. Kommt nicht. Wow, das war knapp. Das war genau so geplant, Leute. Lasst euch mal nichts anderes erzählen. Okay. Wir machen das so. Ich wollte eigentlich den UFM-Werfer nehmen. Weil davon habe ich jetzt hier auf jeden Fall erstmal genug. Aber... Scheinbar wollte Turok das nicht so. Hallöchen, Granate! So. Im letzten konnte ich es genau ins Gesicht schießen, ey. Okay. Am besten mache ich das jetzt einmal so. Hier das Plasmageschossen nehmen. Wofür war jetzt der Schalter? Der war doch jetzt nicht einfach nur, damit diese Plattform hoch und runter geht. Das sind ja noch keinen Scheiß. Das sind ja noch keinen Scheiß. Wenn ich wieder rausgehe. Shit. Es waren vier. Stirb! Shit, auf der anderen Seite steht er noch, ne? Ja. Okay. Hallöchen, Kollege. Wo kommst du denn gerade her? Wo war? Wo war? Wo war? Wir sehen noch keine Granaten. Okay. Hallo. Took mal noch. Da. Und. Die brauche ich nicht mehr. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ähhh. Aber ich wollte das Leben jetzt nicht verlieren, halt's Maul. Wenn mich dafür jemand verurteilen will, Pech gehabt. Ach, scheiße, ey. So, zack. Da, da, okay. Verdammtes Mist, ey. Als ich Klasma erschasse. So. Wo kommen die jetzt eigentlich her? Dummes Mist, wie ich. Das war safe drin. Ach, das ist doch wieder alles. Ah, naja, egal. Ich sage jetzt einfach mal nichts. Gehe einfach mal gucken. Das ist die Feder. Ich wusste es. Wo komme ich da her? Also man kommt von da oben. Man schafft diesen Sprung nicht. Egal, was man macht. Außer man geht in den Flugmodus. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich da hochkomme. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass man von oben kommt. So. Ah. Da, 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 da. Hier hin. Da hoch. Okay, gut. Hier ist safe nichts. Okay, gut. Einfach mal gucken. Werden wir beim nächsten Mal, denke ich, rausfinden. Hoffe ich. Ah, Moment. Hier ist was. Hallo. Okay, hier ist doch. Ich sehe das doch. Auf der Karte. Okay, da ist einfach nichts hinter. Hm. Merkwürdig. Ich muss aber mal gucken, wenn ich da hochkomme. Wenn ich hier irgendwie da oben reinkomme. Da lang, da lang, da lang. Hier längs. Weil das ist der Weg zum, äh, zur Feder. So. Das heißt, ich folge dem Weg jetzt da oben. Und ihr seht's. Beim nächsten Mal. Leute, wenn es euch gefallen hat, bleibt da lassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Turok. Haut's da rein. Bis dahin. Ciao, ciao.